Dieses dämliche Gas, das geht mir so auf die Nerven. Was ist das denn? Was macht das hier? Elektrizität überbrückt in regelmäßigen Abständen die freiliegenden Enden. Schnell durch. Na ernsthaft, was macht das hier? Aus. Also die Ansichten hier, die Kamerawinkel und das alles, ist schon teilweise richtig nett. In so einem Spiel kann man ja mehr machen als in den anderen Teilen, wo du halt immer ihm über die Schulter blickst. Oh nein. Lauf, Batman, lauf! Au. Au. Scheiß drauf, wir müssen hier raus. So, da oben können wir rein. Was bringt mir das? Ein Hinweis. Wer zu lachen? Hätte das nicht der Joker jetzt los sein können? Na gut. Dann müssen wir uns jetzt wohl mit der Meute da unten klopfen. Hier, er ist hier. Hi, Jungs. Hat er ihm einfach mal auf den Fuß getreten, das ist ja fies. So, meine Kombo hat es trotzdem versaut. Voll fies. Find ich nicht nett. Kann ich mich hier durchsprengen? Nein. Das sah nur so aus. Dann soll ich wohl weitergehen. Uns fehlen immer noch zwei... Gadgets. Überall ist dieses scheiß Gas. Wie hat der das hier überhaupt hergebracht? Macht gar keinen Sinn. Der war doch hier gefangen. Der ist voll lustig, der Joker. Ach du Shit. Das Gerät setzt freiliegende Drähte in der Gegend unter Strom. Die Platte ist mit röstigen Verschlüssen befestigt, die mit einem Wurfobjekt gleich zerstört werden können. Zack. Kann ich da hinten auch irgendwas mitmachen? Nein. Muss also hier durch. Manchmal könnte die Kamera ruhig eine Sekunde früher umschwenken. Waren wir es mal für ein Bild da. Komme ich hier mit einem Seilwerfer rüber? Bestimmt, ne? Da ist das Upgrade. Ah. Seilwerfer erhalten. Befestigt ein Kabel zwischen zwei Wänden, das als Seilrutsche benutzt werden kann. Und obwohl das ja hier angeblich zurückgelassen wurde, während irgendwelcher Bauarbeiten, die hier im Gange waren, liegt es natürlich in einer Wayne Tech Batman Ausrüstungskiste, genau wie alle anderen Sachen. Aber ich beschwere mich nicht. Dann hat es wenigstens Wiedererkennungswert. Jetzt müssten wir ja hier drüben dann rüberkommen. Ich mache das auch gerne als Batman, dass ich hier einfach durch die Gegend stolziere. Irgendwie passt das total zu ihm. Wo sind wir jetzt gelandet? Waren wir hier schon mal? Anscheinend. Ich kann jetzt da hoch. Ich könnte aber auch da runter. Oh. Genosse Superman Maske erhalten. Die Maske für den Genosse Superman Anzug. Sammle alle fünf Teile, um den Anzug auszurüsten und einen Bonus zu erhalten. Inventar im Batcomputer. Anzug auszurüsten. Anzug auszurüsten. Arkham Origins ist angelegt. Genosse Superman muss noch freigeschaltet werden. Zero Year. Den könnten wir anlegen. Beware the Batman. Ach du Scheiße. Reduziert den Schaden durch Kugeln. Ah ja. Ja, schon ganz cool. 100% für das dritte Upgrade. Okay. Haben wir uns da auch mal umgesehen. So, wir müssen mal zurück. Wir kennen ja noch eine Stelle, wo wir mit dem Seilwerfer jetzt ein... ...irgenden Ding entsammeln können. Da muss ich nur erstmal wieder hinfinden. Wow. Strom. Da war ja was. Wo sind wir? Noch ein neuer Fall. Och, Madden. Hätte das nicht einer von den Alten sein können? War ich hier schon? War ich hier schon? Ich glaube nicht. Daher sollte ich vielleicht hier nochmal gucken, ob hier irgendwas... ...zu scannen ist. Scheint aber nicht so zu sein. Nein, 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 Batman! Das zum Beispiel eben wieder. Warum hat er nicht... ...einfach geschlagen? Warum hat er da wieder Luftboxen gemacht? Aha, Batman ist der Hinweis. Und noch ein neuer Fall. Oh, Leute. Oh, da unten ist was. Deaktivierte Crypto-Sicherheitskonsole. Ach. Das hätte man mir ja ruhig mal früher sagen können, dass das geht. Ich wollte gerade sagen, mir gehen die Nullen aus. Aber im Gefängnis wimmelt es ja meistens von denen. Und hier haben wir wieder was. Das geht ja jetzt hier Schlag auf Schlag mit diesen kleinen Updates. Blackest Night. Noch schon wieder ein neuer Anzug. Ich gebe die Hoffnung auf, hier irgendwann mal eins von diesen Dingern vollständig sammeln zu können. Ständig finden wir irgendwelche neuen Teile, aber die alten, die kriegen wir nicht zusammen. So, wie komme ich da rüber? Ah, ja. Weeeeee! Baut, baut, baut! Das war doch schön. So, ich weiß trotzdem nicht mehr, wo wir sind. Obwohl. Diese Akte der Artenboden kommt mir bekannt vor. Waren wir hier vielleicht doch schon mal. Oho-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah. Oho-hah-hah-hah-nhö-hah-hah-hah-hah-hah-hah. Wir haben immer noch keinen Verschüsselungscode Beta. Den kriegen wir auch noch irgendwo her. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Klettern bringt uns in ein neues Areal. Und das andere weiß ich nicht. Nicht, nein! Du solltest doch... Batman, zurück! Das ist, weil das alles auf der gleichen Taste liegt. Ähm, hier. Ja, schön. Boah, hier geht es weit rüber. Ah! War die richtige Entscheidung. Okay, haben wir wieder mal eine Rüstungsverstärkung gehalten. Ach, hier sind wir jetzt! Ah, schön! Äh, nee, halt, warte. Dann will ich erst noch mal zurück. Hier noch mal durch. Ich will über diesen Abgrund da noch rüber. Da war ja auch noch mal irgendeine Kiste. Äh, Batman, kannst du jetzt bitte mal irgendwas machen? Okay, den kriegen wir nicht kaputt. Oh, Batman! Ja, jetzt kriege ich Schaden. Also, eben hat die Tasteneingabe einfach mal so überhaupt nicht reagiert. Kann ich den auch verschließen? Nein. Ach, ja, hier war ja das dann noch. Na gut, dann gehe ich halt durch. Ich war zwar noch nicht mal in der Nähe. Meiner Meinung nach, aber na gut. Ist hier nicht auch irgendwo Gas ausgetreten? Oder habe ich das blockiert schon? Hier. War das da rüber? Nee, war es nicht. Muss runter. Ich würde mir jetzt natürlich an den Kopf fassen, wenn wir jetzt über die andere Tür an der gleichen Stelle rauskommen. Was natürlich gut sein kann. Ich glaube, wir gehen den Weg dann trotzdem noch mal zurück, den wir jetzt gerade genommen haben, und gucken, wohin uns diese Tür führt. Äh, äh, äh? War das gar nicht hier? Mich hat den ganzen Weg hierher gelatscht, obwohl ich hier falsch bin. Och, Schiete. Nein, nein, jetzt ist es mir egal. Jetzt will ich es nicht mehr wissen. Gehe ich jetzt überhaupt richtig? Nein. Och, verdammt. Wenn man erstmal die Orientierung verloren hat, beziehungsweise ich weiß ja, wo wir sind, ich weiß nur nicht mehr, wo das ist, wo ich hinwollte. Das ist schon bitter. Dann gehen wir halt den ganzen Weg jetzt noch mal. Ihr habt doch bestimmt noch ein bisschen Zeit, oder? Ah. Ah. So, geh hier. Jetzt hier lang. Das ist mir egal. Ich will das Upgrade gar nicht mehr haben. So, hier oben geht's weiter. Ich gucke gerade, ob da unten auch was wäre, aber anscheinend nichts. Okay, just stay focused and that whole bounty could be yours. Oh, warum sieht der mich denn? Geh, 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 geh! Hattest du mich doch gewöhnt. Gewürzt. Ich bin verschwunden, dreh dich doch einfach um. Ich sehe, der Joker beschäftigt hier wirklich die Besten, der Besten, der Besten. Hochgradig intelligent. Beta, Beta war aber auch noch nicht, ne? Ist denn da nebenan irgendwas? Kann ich natürlich nicht sehen. Hier oben was? Auf jeden Fall nichts Interessantes. Warum sind diese Türen alle nicht analysiert? Ist ja komisch. Das irritiert mich total. Das war Zufall. Ich schwör's. Das ist keine gültige... Tür, warum hat er das jetzt gemacht? Da war irgendwas, wo ich mich hochziehen konnte. Warum musste das jetzt... Das ist mir auch egal. Ich geh jetzt nicht nochmal zurück. Ich weiß, dass da unten auch Zähne sind. So. Einfach, weil ich die Zähne haben wollte. Ich mache manchmal schon sehr komische Sachen. Also sagen, dass es kein Instant-Kill ist, geht das ja noch. Halt die Klappe. Lass ich mir halt ein bisschen Zeit. Und? Darf ich doch? Ist mein Let's Play. Ich frage mich, was passiert, wenn ich dieses Geschenk öffne. Komme ich denn auch weiter, ohne das Geschenk zu öffnen? Oh, guck mal, da hinten sitzt er. Und die Antwort ist nein. Ich komme natürlich nicht einfach so weiter. Ich muss... ...erst das Geschenk öffnen. Na gut, dann... Und plop. Okay, das hat mich jetzt noch ein bisschen überrascht. Ich hätte... Wer hat hier unten Kerzen aufgestellt? Das irritiert mich total. Der ist absolut durchgeknallt. Hier, das ist bestimmt ein... Genau. Polizeigasmaske. Der Joker ist los. Drei von vier. Ja, das schaffen wir doch. Das... Ich bin zuversichtlich, dass das nichts wird. So, ich habe schon gesehen, da oben ist was drin. Wieder so eine kleine... Wie ist das? So. So. So.